So, dann geht's ab in den Himalaya. Oh, das ist sehr smart. Acker, Scrooge! Indulge, me lads. The last thing this expedition needs is a real lass about. Ach, I'm gonna have enough trouble looking after the launch pad. Launch pad, I told you to land in the center of the mountain range, not in the center of a mountain. Gee, Mr. McD, I thought that crash was rock solid. The only rocks around here are the ones inside your head. Ach, we're nowhere near Shadow Pass and the Lost Crown. Now fix this wreck so you can get airborne, and step on it, lad. I'm paying you by the hour, and I may have you billing me for overtime. No problem, boss. As long as I have this fuel regulator, we're as good as... Whoopsie-daisy. Oops. My mom always said I was a Butterfingers. Oh, no. Please tell me you've got another one of those. Sure, I do. But it's back in Duckburg. Launch pad! Don't worry, Mr. McD. I'll climb down and get it. You'll do no such thing. I'll get it. You stay here and try not to cause any more damage. Okay, you're the boss. Okay. Let's go with just the head of the house. So good. Geistbock! Geistbock! Oh, weiter! Schau, scheiße! Ah! Gut! Jetzt gehen wir einmal... Ah, schau! Jetzt gehen wir einmal auf der Seite weiter! Ah, schau! Gut! Und runter mit mir! So! Da gibt's nichts! Da gibt's einen Kuchen! Den brauche ich aber nicht! Weil ich leider schon voll bin! Aber schauen wir mal, was passiert! Haufen! Ah! Ja! Jackpot! Hier, jetzt! Nicht auf das! Ich brauche es, um mein Flugzeug zu fixen! Stopp! Ach, es ist zu spät! Es sind die Bandebande, die sich entfernt haben! Ich muss diese Kuchen schnell finden! Okay. Ich gehe einmal oben weiter... und das passate! Achso, das geht gar nicht! Ja, dann gehe ich nicht oben weiter! Dann gehe ich unten weiter! So! Ah! Nehme ich gleich mit! Und hole mal extra live! Das habe ich schon vorher... gefunden! Und dann gehe ich unten! Komm! Okay! So! So! Ah! Gut! Weg mit dir! So! Und jetzt muss ich aufpassen! Dass mich da... der Maity Darknet... wegputzt! So! Ich werde dich einfach töten müssen! So! Damit... Gut! Nichts da! So! Schieß! Gut! Und und und... tot! Sehr gut! Sehr gut! Oh! Glorie! Hihihaha! Now find the other two pieces! Alles klar! Jetzt habe ich auf alle Fälle mal... das Häsin... gefunden! Und wieder aufhören! Schau! Tatsache! Kann man da irgendwas machen? Okay! Also ich komme da rüber, aber ich kann da oben nichts machen! Ich finde die jetzt nicht so... berauschend! Aber ich finde es lustig, dass es da die... Mighty Ducks... weggeputzt können! So! Ah du Arsch! Guck mal! Tatsache! So! So! Beweg dich! Ah! Ah! Das ist wirklich... ...kompliziert! So! Ah! Komm! Nehme ich alles mit! Ah! Komm! So, und dann. Schauen wir mal. Gut. Und jetzt auf alle Fälle festhalten. Das hat das letzte Mal leider nicht so funktioniert. Da habe ich mich nicht festgehalten. Komm. Komm. Uh, gut. So. Ich lasse ihn noch mal da. Schau. Fein. Runter mit dir. So, ich gehe jetzt nach oben. So, ich gehe jetzt nach oben. Ah. Okay. Geht leider nicht weiter. Hätte sein können, irgendwas im Geheimversteck zu finden. Aha. Boah, Glück gehabt da noch. Gut. Na. Viel zu viele Geistböcke. Gut, gut, gut. Sehr gut. Gut, gut, gut. Jetzt bin ich halt tatsächlich einmal im Kreis gegangen. Das heißt, ich gehe hinten links. Spring da unten runter. Müsste ich irgendwie schon ausgehen. Komm. So. So, einfach runterfallen. Guck mal runter. Okay. Hier geht's runter. Boah. Scheiße. Dann muss ich wahrscheinlich runter. Und von der anderen Seite. Das Gute ist ja, man kann wenigstens von jeder Seite in alle Richtungen wieder runtergehen. Das ist das einzig halbwegs vernünftige. Und da war ich noch nicht. Okay, dann gehen wir da runter. Links, rechts, rechts. Gehen wir. Oha. Komm hier drüber. Na schon. Könnte sich sogar ausgehen. Boah. So, jetzt wirklich nur knapp. So. Komm, Mr. Oosterhasi. Komm. Gut. Hey, was war das? Ah, Metall. Gut. Wir haben ein paar Regulatoren. Ein weiter Fisch zu finden und wir können uns von dieser übergrennen Eisboxen rauskommen. Hm. Ah, wie cool. So. Ist da. Oha. Ah, cool. Das muss ja war schnell sein. Oha. Nein. 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 Das gibt's ja nicht. Okay. Baba. Baba. Das wäre mir kilt. Es ist Baba Duck. Es sieht, wie das poor little beebrain hat sich in einem tiefen Friesen. So. Das wäre mir einmal befreien müssen, oder? Das war's. In that case, follow me, love. Was tust du denn? Arsch. Komm, mach da auf. Komm. Das ist das Ende der Linie, Mama. Es ist Zeit für dich, um zu der Fluss zu gehen. Papa Home ist gut. Nein, Launchpad ist wunderschön, um dich nach Dutberg zu holen. Auf deinem Weg raus. Alles klar. Wohin muss ich? Musst du tatsächlich da her? Nein. Geil. Okay. Scheiß Osterhase da. Ah, da ist es, da ist es, da ist es, da ist es. Boah. Oh, schau auf die Dutze. Der letzte. Jetzt, um diesen Führungsregulator zu holen. Aha. Das war jetzt logisch, dass das passieren wird. So. Reicht dann. Na, 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 na. Bitte nicht. Ist schon so wenig Leben. Okay. Gut. Bin ich jetzt wirklich einmal im Kreis? Okay. Wenn die das sagen, dann wird's schon stimmen, gell? So. Aua. Scheiß Spinner. Geh weg. Geht gern. Körtchen. Oh. Ah, komm. Gut. Das scheiß Hasi. Das... Ist echt sehr nervig. Ah, schau. Komm. Oh, schau. Hier geht's Launchpad. Good als new. Now, get this bucket of bolts back in the sky. Just a tick, Mr. McD. If this... oughter... do it. Now, there's your problem. Web-A-Gail. What in the world are you doing here? I wanted to see the pretty crown, Mr. Scrooge. Oh, great. Now I've got to babysit you and the Launchpad. But I can help, Uncle Scrooge. You're not like the boys, are you? You don't think I'm just a worthless tag of love? Do you? We're ready for liftoff, Mr. McD. Ah, not a moment too soon. Stop in tight, Webby dear. Okay. Let's go. Let's go. Nothing but blue skies ahead. Clear as a bell. Not a cloud in sight. Launchpad. Knock off that infernal chatter. Gee whiz. I was only trying to lighten the mood. If anything, we need to lighten the plane. Feels like she's lost maneuverability with all the, uh, unexpected cargo we seem to have picked up. No worries, Mr. McD. I've got the coordinates for Shadow Pass locked in. We'll be there lickety-split. More like lickety-splat. Glongos. Nice to see you, McDuck. Especially since you've led me right to the treasure. To whom do I owe my thanks? Your idiotic pilot. Or did you fly it safe and let those two wee ones fly the plane? You dirty cheat. Only you could sink so low. And at 15,000 feet, no less. Complain all you like. The lost crown of Genghis Khan will look right at home on my feathered noggin. Wouldn't you say, Scroogey? That's what you think. You'll never beat us to Shadow Pass. So, the crown is in Shadow Pass, eh? Thanks for tellin' me. Okay. Okay. Here comes our 10-megaton finders, V, McDuck. Ah, okay. Be careful of the food. Come on, boy. One old duck with a cane shouldn't be any trouble to take down. Okay. 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 I'm going to go in the wrong direction, but what do we do? Ah, no, 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 no. No! Ah, fuck. But now I can at least... Look. Arsh! Come, shoot a cannon here, there. Come. 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 Schau! You haven't seen the last of me, McDuck! Take that, you big old meanie! We sure showed him that cheaters never cheat and winners never win, didn't we? Try it the other way around and I couldn't agree more, Webby. Pickle me! Pickle me! Pinfeathers! There it is! Shadow pass directly ahead! Take us down, Launchpad! Slow and steady this time! No problemo, Mr. McKee! So. Jetzt habe ich alle meine Leben verwirkt. We're close to that treasure now. I can almost smell it! Wasn't me! Then what was it? That definitely wasn't me! Whatever it is, it won't last long if it tries to get between me and the lost crown. Uncle Scrooge, don't go! You don't worry, lassie. Whatever's in that cave is not much for your Uncle Scrooge. I earn my fortune by being smarter than the smarties and tougher than the toughies. If anything's in there, it'd better step aside. But I'm scared! Stay with Launchpad. He'll take good care of you. Stay with Launchpad! Gee, now I'm extra scared! We'll get sci-fi巣 there! Sometimes it'll come with me and get over at the end of the tunnel. Maybe, we'll get to the end of the tunnel. We'll go get to the end of the tunnel. But, I'm sure... Some of the tunnel, I'll get to the next level. Well, do we have to go. Couple wipe out! Oha! Where's the tunnel? What's the tunnel? Hey! What's the tunnel? How's the tunnel? Ich habe ihn tatsächlich getroffen. Schau. Schau. Die sind jetzt nicht gestorben. Schau. Oh, ich bin gleich tot. Ah. Das ist ja mal ein Scheiß. Ah ja. Dann gucken wir mal her da. Was für ein mieser Scheißhaufen da.